Hallo zusammen, herzlich willkommen in diesem Video. Heute stelle ich euch ein Vollformat-Objektiv der Firma Biagir vor. Es handelt sich um ein 35mm Objektiv mit der Lichtstärke 1,4. Was das Sensationelle an diesem Objektiv ist, dass es nicht mal 150 Euro kostet. Was von dieser Billiglinse zu erwarten ist, das seht ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Viel Spaß. Untertitelung. BR 2018 Die Firma Biagir hat mir freundlicherweise diese Linse zur Verfügung gestellt und ich habe sie für euch auf der griechischen Insel Santorin ausführlich getestet. Vorab zum Thema Transparenz, obwohl ich dieses Objektiv dieser chinesischen Firma zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil ich euch trotzdem meine eigene Meinung sage. Das heißt, wenn ich etwas Schwachstellen am Objektiv feststelle, dann werde ich euch diese natürlich auch näher bringen. Was ist das Besondere jetzt an dieser Linse, die ja eine Lichtstärke von 1,4 hat? Ein 35mm Weitwinkelobjektiv, das ist eine klassische Brennweite. Man kann hier verschiedene Genres der Fotografie damit ausführen. Was mich total schockiert hat, als ich gehört habe, dass dieses Objektiv zur Zeit nur rund 136 Euro kostet, habe ich ein wirkliches Plastikobjektiv, einen richtigen Plastikbomber erwartet. Als ich die Optik dann zum ersten Mal in Händen hatte, war ich wirklich perplex. Es handelt sich um kein Plastikobjektiv, sondern das Objektiv ist aus Metall gefertigt und wirklich solide verarbeitet. Ich war insofern schockiert, als dieses Objektiv nicht wie ein Plastikobjektiv sich anfühlt, sondern man hat etwas in der Hand wie ein Stück Blei. Das heißt, man glaubt eher, man hat hier ein Leica M-Objektiv in Händen und keine chinesische Billiglinse. Man hat hier einen tollen Blendenring, der auf Klickbasis funktioniert. Ich habe hier die Blende 1,4 über 2,8, 4, 5, 6 bis 16 und der Blendenring rastet sehr gut ein. Den Blendenring zu betätigen, das ist wirklich ein Traum. Das heißt, das fühlt sich wirklich gut und solide an. Und was ich euch noch nicht gesagt habe, was auch das Besondere an diesem Objektiv ist, es handelt sich um ein manuelles Objektiv. Das heißt, ihr müsst auch manuell scharf stellen. Es gibt ja viele Einstellhilfen für die manuelle Fotografie. Ihr könnt verschiedene Farben und so weiter einstellen. Wenn ihr durch den Sucher seht, wisst ihr ganz genau, wann das Bild eben scharf ist. Ihr müsst natürlich in der Kamera dann alles für das manuelle Scharfstellen einrichten und die Kamera so einstellen, als ob kein Objektiv oben wäre. Das heißt, auslösen ohne Kamera bei Canon. Ich habe dieses Objektiv nämlich für den Canon RF Mount zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, für Vollformat. Ihr könnt dieses Objektiv auch bei Canon APS-C Kameras verwenden. Das heißt, ihr habt dann de facto eine Brennweitenverlängerung im Ergebnis. Dann kommt ihr ungefähr auf 52 mm hin. Auch eine gute Brennweite etwa dann, um Portraits zu machen. Diese Optik von Bear Gear gibt es nicht nur für den Canon RF Mount, sondern ebenfalls für den Leica L Mount, für Sony E Mount und auch für den Nikon Z Mount. Die Naheinstellgrenze des Objektivs ist 30 cm. Das heißt, ihr kommt an die Objekte relativ nah ran. Ein 35 mm Objektiv mit der Lichtstärke 1,4 eignet sich natürlich perfekt, um bei schlechten Lichtverhältnissen zu fotografieren. Das heißt, ihr habt eine sehr, sehr schnelle Linse. Und wenn es dämmrig wird oder in schummriger Umgebung, wenn es Abend ist in den Gassen, dann ist natürlich nichts besser, als ein gutes, lichtstarkes Objektiv zu besitzen. Ein zweiter Vorteil, den ihr mit einem sehr lichtstarken Objektiv habt, ist es, dass ihr Dinge freistellen könnt. Ihr könnt zum Beispiel wirklich Portraits machen mit einem traumhaften Bouquet. Das heißt, der Hintergrund verschwimmt dann in schöner Unschärfe. Ich blende euch jetzt ein Foto ein, das ich ganz offenblendig mit Blende 1,4 gemacht habe. Und es schaut wirklich sehr, sehr schön aus. Aber nicht, was ihr denkt, sondern ich meine jetzt das Bouquet. Für dieses gute Bouquet sorgt ein 10-Blatt-Membran des Objektivs. Das Objektiv ist natürlich nicht geeignet für Sport, Wildlife, Action und so weiter. Da braucht ihr natürlich auch einen Autofokus, denn so schnell seid ihr heute nicht, dass ihr hier manuell nachstellen könnt und auch die Schärfe nachführen. Das heißt, für diese genannten Genres der Fotografie ist diese Optik, diese manuelle Optik nicht geeignet. Dieses Objektiv eignet sich perfekt für Nahaufnahmen, für Stille, für die Street-Fotografie und natürlich auch für die Reise- und Landschaftsfotografie. Die Letzteren sind ja mein spezielles Faible. Vor allem die Landschaftsfotografie hat es mir angetan, aber jetzt auf Sandorin war ich auch unterwegs mit diesem Objektiv, um hier Reisefotografie zu machen. Ein paar Bilder blende ich euch jetzt ein. Die Frontlinse ist mehrfach beschichtet, um Streulicht und Geisterbilder zu verhindern und um den Fahrton und Kontrast unter starken Lichtverhältnissen zu verbessern. Um Streulicht zu verhindern, wird auch diese Gegenlichtblende mitgeliefert, die ebenfalls aus Metall besteht. Und sie hat auch den Vorteil, dass das Objektiv etwa gegen Schläge geschützt ist. Dieses Objektiv, das rund 136 Euro kostet, eine Lichtstärke von 1,4 hat, ein 35 mm Objektiv, ist natürlich ganz was Besonderes, insofern, als es wirklich billig ist. Das Canon 35 mm RF, das 1,4 kostet rund 1.800 Euro und auch alle anderen Hersteller nehmen zumindest 6 bis 800 Euro, wenn ihr ein 35 mm Objektiv mit dieser Lichtstärke benötigt. Natürlich kann dieses Objektiv auch deswegen billiger gebaut werden und auch kleiner gefertigt werden. Es hat etwa eine Länge von 6 cm und einen Durchmesser von 4,3 cm. Schärfe, weil es nämlich keinen Autofokus hat. Wenn man hier keine Autofokustechnik reinpacken muss, dann ist natürlich eine Bauweise wählbar, die wesentlich kompakter ist. Wie sieht es nun mit der Schärfeleistung dieses Objektivs aus? Ich muss ehrlich sagen, die Schärfeleistung ist bei Offenblende bei 1,4 nicht die beste. In der Mitte geht es noch einigermaßen, aber am Rand fällt die Schärfe schon sehr ab. Wenn man aber dann abblendet, erreicht das Objektiv bei 5,6 und auch bei 8 wirklich ihre beste Performance. Bin ich jetzt schon dabei, die negativen Dinge dieses Objektivs aufzuzählen? So ist noch zu erwähnen, dass das Objektiv wirklich sehr, sehr stark verzeichnet. Das heißt, ihr müsst im Lightroom hier einiges gut machen, damit diese Verzeichnungen wieder weggehen. Und auch die Vignetierung ist relativ stark, aber auch das kann man bereinigen. Das Bouquet finde ich entgegen anderer Meinungen aber wirklich sehr, sehr schön. Aus meiner Sicht ist es aber ganz klar, dass dieses Objektiv auch diese genannten negativen Eigenschaften hat. Denn das Objektiv kostet 136 Euro. Das zahlt ihr für einen guten Polfilter sogar. Und die anderen genannten 35 1,4 Objektive, die zum Teil 1.800 Euro kosten. Na klar, da muss natürlich ein bestimmter Qualitätsunterschied sein. Aber für diesen Preis ist dieses Objektiv aus meiner Sicht auf jeden Fall zu empfehlen. Und warum dieses Objektiv gerade für mich so prädestiniert ist und warum ich so viel Begeisterung mit dieser Optik hatte, liegt auf der Hand. Ich bin ja begeisterter Landschaftsfotograf. Ich habe euch ja schon öfters erzählt, ich will eigentlich eine Kamera haben, die retromäßig funktioniert. Das heißt, ich brauche nur Zeit, Blende, Belichtungsprojektur und maximal noch Zeitautomatik. Und dass für mich eine Kamera einfach sein muss, so soll im Endeffekt auch ein Objektiv für mich einfach sein. Das heißt, man kann mit diesem Objektiv wirklich in Ruhe fotografieren. Man kann in Ruhe die Blende einstellen, die Schärfe wählen und ganz bewusst die Bildkomposition wählen und ganz bewusst den Auslöser drücken. Das heißt, man kann Fotografie wieder erleben, weg von einer Computerfotografie, wo ich 100 Fotos mache und mir denke, eines wird schon passen. Sondern hier gehe ich bewusst ran an das Objekt, stelle alles in Ruhe ein und erlebe wirklich wieder Fotografie. Was man natürlich um diesen Preis auch nicht bekommt, das ist natürlich ein Staub- und Spritzwasserschutz oder gar eine Bildstabilisierung. Und die EXIF-Daten werden natürlich auch nicht angezeigt, aber ich kann euch eines sagen. Wenn ihr eine Systemkamera habt, eine Spiegellose, dann braucht ihr das alles nicht. Dann lernt ihr wieder fotografieren, ihr lernt wieder diesen Hauch von Faszination kennen. Das heißt, ihr stellt alles manuell ein und ihr seht ja am Display, wie das Bild aussehen wird. Das heißt, ihr verdreht einfach Blende und Zeit, den ISO und schon macht ihr eine tolle Bildkomposition. Und ich hatte hier wirklich sehr, sehr viel Spaß auf Santorin mit diesem Objektiv. Das heißt, ich bin wieder runtergekommen und habe Fotografie wieder neu gelernt und auch erlebt. Summa summarum kann ich für dieses 255 Gramm schwere Objektiv, das einen Filterdurchmesser von 43 Millimeter hat, eine echte Kaufempfehlung geben. Ihr bekommt, wenn ihr noch kein 35 Millimeter Objektiv habt, ein solide, gebautes, echt tolles Objektiv, das auch tolle Blendensterne macht. Das kann ich euch auch sagen. Auf diesem Wege möchte ich mich heute wieder von euch verabschieden. Ich werde dann wieder bald die Heimreise antreten und zurück nach Österreich fliegen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Vorstellung dieses 35 Millimeter Vollformat Objektivs der Firma Beagir hat euch gefallen. Wenn ihr dieses Objektiv erwerben wollt, ich habe in der Videobeschreibung die entsprechenden Kauflinks reingestellt. Ich wünsche euch wie jede Woche gut Licht. Passt gut auf euch auf. Ciao, Papa, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Aravederci. Macht's gut. Tschüss.